Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. In diesem Video möchte ich jetzt noch ganz gern zwei typische SEDP-Aufgaben zu diesem Thema mit dir besprechen. Das bedeutet, nach diesem Video kannst du den Hauptsatz in diesen Aufgaben anwenden und diese typischen SEDP-Aufgaben lösen. Schauen wir uns gleich die erste Aufgabe an. In der nachstehenden Abbildung sind der Graph einer Polynomfunktion f und der Graph einer ihrer Stammfunktionen f dargestellt. Die Aufgabenstellung ist nun, der Graph von f und die positive x-Achse begrenzen im Intervall 0,4 ein endliches Flächenstück. Ermitteln Sie den Flächeninhalt dieses Flächenstücks. Pausiere kurz das Video, nimm dir ein bisschen Zeit, um die Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ein kleiner Tipp, denk an das Video der Hauptsatz in Aktion. Das wird dir hier helfen. Gut, als erstes können wir einmal in der Grafik veranschaulichen, was überhaupt gesucht ist. Und zwar sind wir interessiert an dem Flächenstück, das von dem Graphen von f unter x-Achse im Intervall 0,4 eingegrenzt wird. Also wir sind eigentlich jetzt interessiert am Flächeninhalt dieser jetzt blau bekritzelten Fläche. Der Flächeninhalt von dieser blau bekritzelten Fläche ergibt sich ja genau als das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und 4 von klein f von x dx. Und jetzt wissen wir aus dem Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung, dass, wenn wir eine Stammfunktion kennen, dass wir in die jetzt einfach einsetzen können und dann den Wert dieses bestimmten Integrals leicht ermitteln können. Wir kennen eine Stammfunktion groß f oder wir haben hier zumindest den Graphen einer Stammfunktion groß f gegeben. Wir können jetzt als erstes einmal den Hauptsatz hier anwenden und sagen, okay, dieses bestimmte Integral ist gleich groß f von 4 weniger groß f von 0 und nun kennen wir diese Funktionswerte, denn die können wir aus der Grafik hier oben ablesen. Und zwar der Funktionswert von groß f an der Stelle 4 ist ja genau 7, also das ist gleich 7 minus und der Funktionswert von groß f an der Stelle 0 ist genau 1, also ergibt sich hier 7 minus 1, also 6. Also ist der Flächeninhalt dieses Flächenstücks genau 6 Flächeneinheiten groß. Sehr gut, schauen wir uns gleich eine nächste Aufgabe an. Und zwar von einer reellen Funktion klein f ist der Graph einer Stammfunktion groß f abgebildet. Hier ist die Grafik und die Aufgabenstellung ist nun, geben Sie den Wert des bestimmten Integrals groß i gleich das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und a von klein f von x dx an. Nimm dir dafür wieder ein bisschen Zeit, pausiere das Video und denke an die vorige Aufgabe. Gut, hier ist es jetzt schon ein bisschen schwieriger, denn man darf sich erstens hiervon nicht in die Irre führen lassen. Denn nicht vergessen, das hier ist der Graph der Stammfunktion oder der Graph einer Stammfunktion groß f von dieser reellen Funktion klein f. Und wir wollen den Wert des bestimmten Integrals in den Grenzen 0 und a von klein f von x dx bestimmen. Und dafür können wir jetzt einfach wieder den Hauptsatz anwenden einfach wieder den Hauptsatz anwenden. Und zwar wissen wir, dass hier ist ja dann genau gleich groß f von a minus groß f von 0 und das können wir hier oben ablesen. Denn groß f von klein a ist hier oben ablesen. ist minus 1 und groß f von 0 ist 3. Also minus 1 minus 3 ist minus 4. Also ist der Wert dieses bestimmten Integrals minus 4. Hier darf man sich wirklich nicht in die Irre führen lassen, dass man diese obere Grenze a nicht kennt oder halt, dass das jetzt keine konkrete Zahl ist. Das ist uns nämlich in Wahrheit wirklich völlig egal. Wir sind interessiert am Funktionswert von groß f an der Stelle a und den können wir gut ablesen. Also hier nicht verwirren lassen. Es ist, wenn man den Hauptsatz gut kennt, viel leichter als es aussieht.